Was geht ab, Brata zum Pratukas? Ein kleiner Nachtrag von uns. Hier sehen wir Dirk von Seichenboden und Dirk von Seichenboden Flights, der beste Datenspieler in der Geschichte des Dartsports. Also wenn ihr die Daten verfolgt, dann bitte sofort Dirk von Seichenboden. Kauft seine Pfeile und supporten mich. Und seine Trikots natürlich auch. Und Dirk Bruder, wenn du um eine Challenge willst, du kennst es, komm in die Hood, wir machen ein Game gegen dich, wir ziehen nicht ab. Ja. Darum, das was du da siehst, das ist scheiß drauf. Bei uns ist besser. Ja. Und ansonsten kann man nur noch mal sagen, als kleinen letzten Nachtrag, wir hatten es schon mal geschrieben, eins für Onlyfans, Jungs und Mädels, das meinen wir ernst. Die Spende ist bitter, bitter nötig. Seht ihr diese Scheibe? Seht ihr, wie gefickt das ist? Da steht hier alles hoch. Da geht das nur so raus. Diese Scheibe staubt beim draufwerfen. Das ist kein Zustand. Guckt euch dieses arme Deutschland an. Bei diesem Jungen. Ich bin ein armer Mann. Er ist ein armer Student. Seht ihr das, wie das da raussteht? Also. Auch an die Hater. Wir sind nicht 15, wir sind tatsächlich 22. Und 21. Ich bin 21. Aber ihr seht es, wir brauchen eure Spende und wir brauchen euren Support. Go to one million. Von dem YouTube Money. Go to one million Parfüm, bitte. Oh, ja. Damit wir uns das leisten können. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Habt einen wunderschönen Mittwoch. Genau das. Ich kann das mal nicht jetzt gleich direkt drauf. Ball an das Video. Gar kein Ding. Muss ich auch nicht cutten. Ist ja One-Cut, weil wir solche Genie sind. Und wenn ich irme, würde ich mir heute richtig einen reintrinken. Das ging nach dem Plan. Gut. Adios Muchachos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.